Als ich 1993 das erste Haus zum Kaufangeboten bekam vom Haslinger, hatte ich eigentlich die Vision aus der schmalen Gasse dort, wo kaum nur ein Auto fahren konnte und es so eng war, aus den alten Häusern etwas Neues zu entwickeln und zu schaffen. Dieses großartige Projekt von der Familie Rippel ist einzigartig, es ist ein moderner architonischer Bau und wir finden hier in Gallerkirchen 15 Firmen an diesem Ort und man erreicht alles, zu Fuß oder mit dem Rad. Die Bauzeit war vom Beginn, vom Aushub her, circa 30 Monate, es war eigentlich relativ rasch, wir haben wirklich einen Druck gehabt und ausgeübt und auch das geschafft. Wir haben einen sehr guten Branchenmix, es ist von Mode über Papier, Bastelbedarf, Brillen, Optik, Gott sei Dank auch ein Lokal, also unsere ältere Tochter betreibt hier ein Café, ein Restaurant und was ganz wichtig ist, es kommt im Februar dazu, die Familie M-Preis aus Tirol, also mit dem M-Preis und dadurch haben wir auch einen ganz guten Lebensmittel gewinnen können. We're waiting for Life Waitin' for Life Resta